Hallo, na und? Habt ihr mich schon vermisst? Mich und den Harry? Ich hab mich vermisst. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Sind wir mittlerweile bei Folge 10 oder so? Ich glaube ja. Mittlerweile bei Folge 10 von meinem Lego Harry Potter Let's Play. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Ja, tolle Wurst. Das ist ja großartig. Meine Fresse. Ja, jetzt kann ich wieder aufstellen. Ich bekomme eine Menge Geld. Und jetzt? Ja, wieder zurück. Das ist bekloppt. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Kann ich auch nicht drauf. Wo kriege ich denn dieses blaue Eis noch her? Was haben wir denn hier noch so? Gucken wir mal. Okay, es wankt einfach nur. Das ist irgendwie seltsam. Aber da ist immer noch kein blaues Eis. Wo könnte ich denn noch hin müssen? Hm. Das hier hab ich auch noch nicht durch gehabt. Das hat gar nichts gebracht. Hä? Ein bisschen Geld. Sehr gut, Ron. Danke, dass du dich beteiligst. Vielleicht sollte ich, äh... mich mal hier hinstellen. Dann switchen. Dann das Buch ablenken. Und dann... Oh, kann ich nicht wieder zurück switchen. Scheiße. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, gut. Wir versuchen es mal ganz schnell. Wir versuchen es mal ganz schnell. Moment. Geht nicht. Scheiße. Äh... Geht auch nicht. Ah, nein, 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 nein. Lass mich. Nein! Ah! Lecko funny, ey. Ich muss auf jeden Fall an diesem Scheiß Schrank da dran. Kann ich das dumme Buch bitte irgendwie zerstören? Es geht mir voll auf den Sack, das Teil. Geh weg, Buch. Okay, Moment. Wir versuchen es nochmal. Aha. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Dumme Kackscheiße. Mensch, ey. Ich weiß auch, ich stelle mich jetzt hier hin. In der Hoffnung, das andere Buch kriegt mich nicht so. Und dann... ...hoffen wir, dass wir das irgendwie wegkriegen. Tut das einfach abwehren. Das geht doch nicht. Geh doch weg jetzt. Warum geht denn das nicht? Vielleicht, wenn wir nur, äh... ...Dings benutzen. Geht das dann weg? Jetzt verstehe ich das nicht. Das zerstückelt uns fröhlich. Okay, Mantel wieder an. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist ein Spiel für Kinder. Das ist ein Spiel für Kinder. Okay, das da haben wir noch... ...nicht gehabt. Die können wir alle nicht vermissen, oder was? Okay. Und dann... ...passiert auch nichts, ne? Was ist das hier? Lieber wieder an. Lieber wieder an damit. Ich check das nicht. Ich checke es nicht. Hm. Tu mich mal hoch. Tu mich mal hier hoch. Ja, okay. Ich bin irgendwie seitlich vorbeigefallen. Das check ich nicht. Ah, Moment. Aber vielleicht... Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Nein, nichts. Ich bin zu bescheuert, ne? Dieses Buch da unten läuft komplett amok. Ich möchte es wegmachen. Ich möchte es töten. Bücher sind böse. Ich habe mich auf jeden Fall gesehen. Na, was ist denn hier mit da oben los? Vielleicht, wenn ich jetzt in... ...Dings rüber switche. Ah, okay. Okay. Moment. Achso, ich bin Kretze. Ach, ich bin Kretze. Äh... Okay, die Katze möchte mich killen. Hä? Das ist total seltsam. Das ist total seltsam. Nee, erstmal wieder verstecken. So. Hm. Ich gehe mal hier so rüber. Und dann, äh, switche ich mal eben. Und switche mal eben mit das da. Und dann switche ich mal wieder zurück. Und verstecke mich wieder. Nee, hier, so. Das kann auch nie im Leben so kompliziert sein. So. Ah, ah, nein, 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 nein. Das ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Aber es muss ja auch irgendeinen Grund haben, dass Ron dabei ist, oder nicht. Geh jetzt weg, Katze. So eine Scheiß-Katze. M. Das ist alles super, super strange. Und bringt überhaupt nichts. Hm. Mann, ey. Vielleicht, wenn ich da so hochgehe, und das Buch irgendwie angreife, dann kann Harry sich hinschleichen, oder so. Geh doch schon. So, pass auf. Buch. Moment. So. Hallo, hier oben. Hier bin ich. La, 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 la. Gibt es nicht, ne? Mann, ey. Ah, der kommt aber auch direkt wieder runter. Okay. Das macht alles keinen Sinn. Vielleicht muss ich doch mal den Philipp fragen. Oder ich gucke hier nochmal eben. Da ist aber auch so ein komischer Stuhl, ne? Da ist so ein komischer Tisch. Vielleicht kann man da ja irgendwas mit machen. Kann man den schieben, oder so? Habe ich hier schon alles nachgefunden? Uh, uh, uh. Jetzt habe ich mich voll erschreckt. Was soll denn der Scheiß? Ich bin doch unsichtbar. Da ist das Scheiß vom Riddle-Tagebuch drin. Blödes Scheiß-Tagebuch. Kann ich das bitte kaputt machen, dieses dumme Scheiß-Ding? Oder sind die jetzt, äh, erledigt? Hä? Was ist denn das? Da muss das irgendwo hier auch sein. Moment. Das ist, ich verstehe es nicht. Man kann die irgendwie außer Kraft setzen, die blöden Bücher. Okay, dann gucken wir mal hier. Aha. Da ist auch wieder so ein Ding. Da ist auch wieder so ein Ding. Das macht keinen Sinn, ne? Da ist auch nix. Oh, jetzt ab, Katze! Kann ich das irgendwie... Kann ich da irgendwas mitmachen? Ah, okay. Da kann ich nichts mitmachen. Äh. Ich muss den Philipp mal fragen. Philipp? Kannst du gerade noch was für mich googeln? Ich komme in der verbotenen Bibliothek, die Abteilung sieht weiter. Ist auch gar kein Problem. Machen wir mal kurz Päuschen hier. Macht doch nichts. Mensch. Als ob das schlimm wäre. Was ist mit meinen Händen? Das wäre ganz fabulös. Großartig. Lass ich mal den Kopfhörer hier so ein bisschen, dass ich ihn auch führe. Ich bin schon wieder zu dumm. Alles gemacht, alles gemacht. Mit der Dreieckstaste? Ich kann die nicht zerstören. Das ist ja mein Problem. Womit denn angeblich? Ich habe schon alles ausprobiert. So, ja. Klappt nämlich nicht. Das ist ja mein Problem. Deswegen komme ich da hinten ja nicht weiter. Wir haben nicht mehr Treppen. auf Y-Lang habe ich, äh, das hier. Das ist mein Problem. Ja, aber ich habe schon, ich habe ja nur zwei Optionen. Hermine ist nicht dabei. Kann ich mal versuchen. Warte. Was ist denn, der hat das hier? Das bringt nichts. Und das hier. Das ist ja dasselbe. Kann man nicht zerstören, die Bücher. Der hat nur den magischen Umhang. Der, der, der doch, der zaubert halt entweder den, äh, Lumos oder hier den, den, äh, Dings. Ja, diesen normalen Zauberstab-Schwinger. Die Bücher kriegt man nicht zerstört. Das ist das Problem. Nee, weil ich da hinten nämlich hin muss, glaube ich. So, guck mal, wenn ich... Richtig. Ja, aber was soll ich machen? Ja, aber sonst ist das nämlich. Das ist das Problem. So, warte mal. Nochmal B. Ja, ja, genau. Ich weiß halt nicht, was ich dann nicht tun soll. Aber das stimmt überhaupt nichts. Ich kann mich auch nicht draufstellen oder so. Das ist halt mein Problem. Ich krieg das blöde Buch nicht weg. Und ich muss da hinten hin, wo dieses Buch ist. Da hinten ist mir noch so ein Bild geworden. Das ist ja mein Problem. Ja, natürlich ist es total simpel. Aber wir wären hier ja nicht bei den Trashy Games, wenn wir nicht ein bisschen Scheiße wären, nicht wahr? Bojan hat meine Datei übrigens retten können. Die, äh, Murrf Edge. Ja, voll gut. So, pack mal auf. Ich weiß halt nicht so ganz, was ich jetzt machen soll, wenn ich an das Buch rangehe. Kann ich das wegschieben? Nee, auch nicht, ne? Ich kann ja gar nichts mehr machen. Was ist denn mit der Katze? Kann ich die Katze opfern? Kann ich Ron opfern? Kann ich irgendwen opfern? Ich möchte irgendwen opfern. Kann ich auch nichts machen mit dem Buch, ne? Nein. Das ist mir gar nichts. Das verstehe ich nicht. Das ist sehr seltsam. Da fallen nur Bücher aus dem Schrank. Muss halt hier dran, aber dafür muss der blöde Schrank nicht liegen. Geh weg, Katze. Nerviges, kleines Katzchen. Nee, das funktioniert auch nicht. Mehr Tasten hab ich nicht. Zack. Nee. Ach so, ja gut. Das ist ja Quatsch, ne? Ja, da geht der Ron schon. Der hat schon langweilig. Es tut mir sehr leid. Kann ich mir erzählen, was ich zu meinem Geburtstag mache? Ähm. Ich fahr zu meiner Mama. Nämlich. Ganz langweilig, weil alle meine Freunde sind im Urlaub. Bis auf meine, äh, eine Freundin. Und mit der feiere ich quasi vorher schon rein. Also zumindest der harte Kern ist nicht da. Und, äh. Ja, meine Freunde fahren einfach in Urlaub, wenn ich Geburtstag habe. Kein Quatsch, ist schon okay. Man prallt aber auch von den Spülen ab, ne? So ein bisschen. Vielleicht muss ich da so drauf zielen. Und dann hab ich mir gedacht, fahr ich zu meiner Mutter, lass mich ein bisschen, äh, mit Kuchen beschenken. Und, äh, ja, mich gut finden lassen. Ich mag Geburtstage nicht so gerne. Ich würde es mal ein bisschen anstrengend, weil der Philipp mich Geburtstag haben lieben gelernt hat. muss ich tatsächlich sagen. Das ist ganz schön. Der Philipp macht immer einen Gartenkiss und, äh, ein, 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 ein Gelande hängt der mir auf und so. Das finde ich immer ganz schön. Aber ich hab, mein Geburtstag ist zu Hause nie groß, als gefeiert worden. Ja, ja. So ist es nämlich. Ich hatte dieses Level hier. Das ist richtig dumm, weil ich zu dumm schon wieder bin. Ist das jetzt mein Handy gewesen? Achso, ich dachte gerade. Hä, aber ich, warum kriege ich die hier nicht kaputt? So, warte mal, wenn ich hier reingehe, dann werden die ja flütteln. Nein, aber die fressen mich sofort. Nee, aber die Taste kann ich nicht drücken, weil ich, wenn ich den Umhang anhabe, das ist B. So. Ich hab B, wenn die Taste kommt, ich soll was anwählen, muss ich B drücken. So, dann mach ich das. Hä, was war das denn seltsames? Dann wechsle ich den Charakter. Kann ich auch mal machen, warte. Moment. Ach, tatsächlich, Y ist es. Lol. 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 Ey, ich muss mich nicht schämen. Wir sind hier bei den Trashy Games. Ich schäme mich voll. Ist mir voll leid. Ich bin so richtig dumm gewesen. Oh Gott. Ist das bescheuert gewesen. Shame on me and my whole family. Das hat sich gereimt. So, komm, mach mal hier. Als ob ich das trotzdem nicht hinkriege. Als ob ich das trotzdem nicht hinkriege. Oh. Ist ich doch, oder was? Hä? Hä? Kommt trotzdem nicht weiter. Ja gut. Macht ja nichts, wa? Hm. Kann doch nicht so schwer sein. Wo ist denn dieses scheißblöde Kackeis? Versteh's nicht. Kann man hier irgendwas mitmachen? Und die doofe Katze da reinstopfen? Komm mal hoch. Komm ich nicht weiter. Komm immer noch nicht weiter. Weil ich nicht weiß, wo das blaue Eis ist. Hä? Geht nicht. Was für Regale? Was für ein Schreibtisch? Steinstatue? Schreibtisch? Gucken wir mal. Kann man nicht kaputt machen. Ja. Linke Steinstatue. Welchen Schreibtisch? Den da hinten, oder was? Den kann man nicht kaputt machen. Den kann man nur klappern lassen. Ich glaube, alles hat sich vermisst. Es gibt kein Dreieck. Hier gibt es nur Buchstaben. Ja, warte. Dann gehe ich wieder in One. Ich hasse dieses Spiel. Turm bauen. Turm bauen. Aber ich bin doch hier schon. Auf das Regal hier kann ich doch hoch. Dann würde ich ja den Schreibtisch kaputt machen. Also... Moment, ich komme nicht hoch. Fackel. Ah, jetzt kann man die benutzen. Das war ja gerade eben schon 20 Mal. Oh. Das sollte Eis sein. Das sah aus wie Stein. Ah. Fick dieses Spiel, ey. Seriously. Dumme Scheißspiel. Ich bin zu dumm dafür. Ich habe schon gesagt, ich darf mich nicht weiter vermehren, wer zu blöd für Harry Potter Lego ist. Ein Glück hat das nicht so lange gedauert und war richtig scheiße unnötig. Ich bin zu blöd dafür. Ich kann das nicht spielen. Mist. Ja, das war es schon wieder. Es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle unterbrechen muss von meinem Let's Play, dass ich niemals auf 100% spielen werde. Macht euch nichts draus. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.